Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute total nah, merke ich gerade, aber ist ja egal. Und zwar wollte ich euch einen neuen Adventskender vorstellen. Und zwar ist das der von Penny für 10,99. Das ist der hier. La 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 la. Ich war gestern schon bei Penny, die hatten das aber leider noch nicht, sonst war das Video jetzt schon längst online. Ich würde sagen, wir beginnen sofort. Wenn ihr euch den Adventskender kaufen wollt, das ist für sie und für ihn zusammen. Ich bin gespannt. Ich habe so ein Gefühl, dass in einer Tür auch zwei Sachen drin sein könnten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der 1. Und die ist hier unten. So, hier ist ein Nevea Haarspray. Volumen, Kraft und Pflege, doppeltes Volumen und 24 Stunden Halt. Das ist jetzt die Stärke 4. Ich hoffe, der fokussiert jetzt. Einmal das. Dann die Nummer 2. Ich bin total gespannt. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Also für 10,99. Wir haben hier einmal von Listerin, Cool, Mint, tägliche Mundspülung. Entfernt bis zu 7% der nach dem Zahnputzen verbliebenen Bakterien. Einmal das hier. Ich war schon echt gespannt, was alles hier drin ist. Also die ersten zwei Türen gefallen mir sehr, sehr gut. Dann die Nummer 3. Die ist hier. Hier haben wir was drin von Palmolive. Ultra Feuchtigkeitspflege Cremedusche. Palmolive ist auch eine Marke, die ich selber sehr, sehr gerne benutze. Einmal das. Dann die Nummer 4. Hier haben wir zwei Sachen drin. Hier haben wir einmal von Schwarzkopf Gliscor Hair Repair mit flüssigen Haarbausteinen. Liquid Silk Shampoo für sprödes, glanzloses Haar. Einmal so ein Pröbchen. Genau. Sowas mag ich auch total. Ich finde die immer sehr, sehr gut. Dann kann man das mal ausprobieren. Und wenn es dann geht, ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir hier von Dusch das was Neues. Ein Duschgel. Ich fühle mich belebt. Langhaltender Duft freigesetzt bei Berührung. Okay. Einmal das. Dann die Nummer 5. Die Nummer 5 ist ein bisschen größer. Hier haben wir auch zwei Sachen drin. Wow. Einmal von Odol mit 3 klinisch getestet. Eine Zahncreme. Die ist wohl neu. Da bin ich gespannt. Und das passt perfekt, weil unsere Zahnpasta ist fast leer. Einmal das. Und dann haben wir noch mal was für die Herren. Und zwar Wilkinson Sword Extreme 3 Sensitive. Und das war auch mit in dem Real-Adventskalender drin. Wenn ihr den schon gesehen habt, dann wisst ihr das. Aber ich verlinke euch das nochmal da in der Info-Box. Entweder da oder da. So. Dann die 6. Also bei 6 muss jetzt was Schönes drin sein. Und 6 ist riesengroß, Leute. Riesengroß. Wow. Okay. Einmal eine Zahnbürste. Die ist so einzeln verpackt. Einmal. Und dann nochmal Zahnbürsten. Zwei Stück. Das ist von Dr. Best. Mittel-Atemfrisch-Zungenreiniger und X-Seidenfeine-Borsten. Gewinnen sie 1 von 222 Gutscheinen im Wert von 100 Euro von Adidas. Gutschein ist ab Erhalt 3 Jahre gültig. Teilnahmebedingungen auf der Rückseite. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Vielleicht bringt dieser Adventskalender uns ja auch noch so einen 100 Euro Gutschein. Das wäre jetzt natürlich der Knüller. So, dann die 7. Und ich muss sagen, diese Adventskalender ist sehr, sehr leicht zu öffnen. Und es kann nichts verrutschen, weil alles umhüllt ist mit Plastik. Also das nix sehr gut. Die haben hier von Nitamin-Ralice-Kirr mal Mandelblütentraum. Duftöldusche. Da bin ich mal gespannt, wie das riecht. Oh, das riecht sehr, sehr blumig. Und ich glaube, ich kenne das sogar. Ich habe das, glaube ich, mal bei meiner Mama benutzt. Das ist einmal das. Fokussiert ihr jetzt? So, jetzt einmal. Da die Nummer 8. Da sind jetzt auch zwei Sachen wieder drinnen. Und zwar einmal eine Luxusseife von Kapus. Pink Rose. Oh, das riecht total nach rosa. Das einmal, so sieht das aus, die Verpackung. Ich muss, glaube ich, ein bisschen nach hinten, damit der fokussiert. Einmal. Und einmal Nivea Man. Das ist ja wahrscheinlich für die Männer dann. Gesicht, Körper, Hände, Visage, Crops, Mains. Einmal so mit Krim. Genau, von Nivea. Dann die Nummer 9. Wir haben jetzt eine Sache drin von TTZ. Ich liebe es im Winter zu baden, Leute. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Da haben wir einmal Limited Edition Sundauer. Chillout Zone. Erlebe das Gefühl eines lauten Sommerabendes. Badeperlen mit Orange und Vanille plus Goldschimmer. Goldschimmer ist ja perfekt. Mit gratis Cocktailrezept. Ah, cool. Ja, okay. Das wäre jetzt sehr wahrscheinlich eher für den Sommer. Aber im Winter geht ein Bad immer gut, Leute. Immer. So, dann die 10. Die ist hier. Und der Adventskanner ist so groß und so schwer, Leute. Das muss ich jetzt einfach sagen. Aber hier sind auch wirklich große Größen dabei. Hier haben wir eine Fußcreme-Hirschteig von Dulgon. Hab ich noch nie gehört, die Marke. Einmal das. So. Wir haben fast die Hälfte geschafft, Leute. Dann die L. Das haben wir von Nivea Deodorant. Protect and Care. 0% Aluminium und 24... 48 Stunden halt. Einmal das. Dann die 12. Haben wir auch zwei Sachen drin. Und zwar einmal von Today. Zweimal die Maske Tonerde für jede Haut. Mit weißer Tonerde und Zink. Da bin ich auch gespannt. Ich hab noch nie Tonerde-Maske benutzt. Mal schauen, wie die so ist. Und das zweite ist eine Hand- und Nagelcreme von Kamel. Genau. Vegan. Einmal das. Dann die 13. Da haben wir auch wieder zwei Produkte drin. Finde ich super, super cool. Den Adventskalender. Ich hab mir von AXA einen Body Spray. Dark Pactation. Und der riecht. Ach, das ist der für Männer. Den kenne ich. Den hatte er auch einmal. So sieht der aus. Ich sag, die ganze Zeit genaue Leute. Fällt euch das auf? Hier haben wir noch eine Zahncreme von Blendermed. Complete Protect Expert. Das ist ja perfekt, wenn man in den Urlaub oder so fährt, dass man das so mitnehmen kann. Dann müsste man nicht eine große Tube mitschleppen. Einmal das. So, dann geht's weiter mit der 14. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Und es geht weiter. Hier haben wir wieder zwei Produkte. Einmal Zahnseide gewachst. 50 Meter. Von Today Dent. Ich glaub, das ist die Eigenmarke von Penny. Einmal das. Und noch eine Nilea Creme. Aber ich glaub, das gilt jetzt für beides. Für beide Geschlechter. Dann die 15. 15, wo bist du? Hier haben wir eine milde Seife. Mit natürlichem Feuchtigkeitsspender Glycerin. An meiner Haut lasse ich nur Wasser. Und CD, Avocado. Einmal das. Dann die 16. Ich bin echt gespannt, was in der 24 drin ist. Juhu. Von Kneipp etwas. Und zwar. Pflegeölbad. Mandelblüten. Hautzart. Ich liebe die Produkte von Kneipp. Und weiß auch, dass sie nicht so günstig sind. Weil ich die auch selber benutze und kaufe. Dann die 17. 17, 17, 17. Da ist jetzt wieder ein Produkt drin. Von Lever, glaub ich, genau. Pflegeschampoo-Volumen, Kraft und Pflege. Für feines oder plattes Haar. Einmal das. Auch sehr, sehr gut. Ich habe hier feines und plattes Haar. Dann die 18. Das ist bestimmt, dass wir Männer drin. Genau. Ah, das hatten wir auch im Realadventskalender drin. Dorfman and Care. Clean Kompott. Und das benutzt auch sehr sogar. Und Leute, das riecht sehr, sehr gut. Also, das könnt ihr euren Männern kaufen. Ich garantiere euch, das riecht sowas von gut. Und das Video davon auch perfekt. So, dann die 19, 19, 19, 19, 19. Hier. Das ist jetzt bestimmt was wir dafür brauchen. Das hatten wir auch im Realadventskalender. Und zwar ist das von Swiss Opa. Arganölkur. Einig Zeit, zwei Minuten. Ich habe die damals immer in so Drogerie-Läden gesehen. Aber habe die nie mitgenommen. Obwohl die, glaube ich, nur 20 bis 40 Cent kosten. Aber ich bin echt gespannt. Ich habe das andere auch noch nicht ausprobiert. Dann noch eine Zahnpasta. So viel Zahnpasta. Ich bin hierfür bis nächstes Jahr versorgt, glaube ich. Einmal von Colgate. Max White. Habe ich noch nie gehört oder gesehen. Zahnpasta mit Fluorid. Also ich finde, wenn jetzt so jüngere Mädels nicht so viel Geld haben, ist das das perfekte Geschenk für Weihnachten. Also für die Eltern. Wenn man jetzt nicht so viel Geld hat und beiden Eltern teilweise schenken kann. Also ich wäre jetzt damit sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir von OB Pro Comfort. 8 Tampons. Ich selber benutze jetzt keine. Und deswegen werden die entweder in Mülllampen oder in ein Verlosungspaket. Keine Ahnung. Mal schauen. Dann die 22. Das ist hier unten. Ich werde das wieder jetzt auch bearbeiten und hochladen, wenn ich es schaffe. Damit ihr auch direkt seht, was hier drin ist. Hier haben wir von Cliff Energy Shower Body and Hair. Sub Zero Extreme Cooling. Ich denke mal, das ist so ein Durchgel für Männer. Einmal das. Und das zweite von Gliscor Total Repair. Für trockenes, strapaziertes Haar. So. Einmal das. Ich versuche das Video jetzt auch gar nicht irgendwo zu schneiden oder zu cutten. Damit ihr das in voller Länge seht. Dann die 23. Das habe ich gebraucht. Fun Today. Lippenpflege Classic. Das finde ich sehr gut. Das hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich bin mal gespannt, wie der riecht. Typisch so Lippenstift. Ich habe jetzt Lippenstift drauf. Sonst hätte ich das drauf gemacht. Und jetzt Leute. Da 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 da. Kommt die 24. Wow. Von TTZ. Sinnenperlen und Hüttenzauber. Sinnliche Entspannung nach einem Hüttenart. Pflegebad mit Pflaume und Zimt. Duftprobe auf der Rückseite. Wie so ein Hund. Na ja. Auf jeden Fall einmal das. Nur für kurze Zeit steht hier drauf. Das ist das. Und da ist noch ein Rasierer dabei. Und zwar einmal von Today Man. Flex Pro Rasiersystem GT5. Fünf Klingen Diamant. Klingen aus Solingen. Also aus Deutschland. Jetzt neu bei Penny. Einmal das. So Leute. Abonniert habt. Könnt ihr das gerne machen. Das ist kostenlos. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020